Da bin ich wieder. Wir machen heute Bauch und untere Rücken. Warum? Zu schönem Bauch gehört immer einen guten Rücken. Man kann nicht nur Bauch trainieren, ihr müsst auch eure Rücken trainieren. Okay? Das heißt, ich wärme mich ganz kurz mit euch an, weil zum Aufwärmen machen wir ja schon unsere Stützposition drei Minuten. Natürlich in drei aufgeteilt. Aber auf jeden Fall müsst ihr immer wissen, für Bauch ist 80 Prozent Ernährung und der Rest ist Sport. Also man kann Sit-ups machen und alles machen, aber wenn man nur Schnitzel isst mit Pommes oder nur Burger oder so, ihr werdet an dem Bauch nicht viel Veränderung sehen. Natürlich für die Gesundheit ist es gut, sowieso Muskel zu haben. Aber ihr müsst euch entscheiden, was ihr wollt. Wollt ihr, dass es auch gesehen wird oder nur ein Ding. Und eins sage ich euch, mit 6-Pack läuft keiner immer immer Dauer rum. 6-Pack ist wirklich alles so ausgetrocknet. Also alles so richtig so, da muss man wirklich dauernd auf die Ernährung achten. Also gar kein Cheat-Day, gar nichts. Also es ist wirklich dann immer immer auf. Und ich finde, ich für mich persönlich lohnt sich das nicht so sehr. Ich genieße so ein Mittelmaß davon ein bisschen Speck zu haben und trotzdem genießen zu essen. Okay? Das Essen genießen. Genau. So wollte ich sagen. Wir legen jetzt los. Ihr braucht dafür nur eure Matten. Genau. Und los geht's. Kreis mal wieder mit eure Schultern und kreis mit dem Armen. Genau. So. Wie geht's heute so und so? Alles gut? Bei uns ist noch alles gut? Gern, Schutzi? Ihr legt noch? Die Schufel haben wir bis jetzt nur für die Pflanzen benutzt. Nein. Er hat gesagt, er benimmt sich diese Woche, weil ich habe Geburtstag, das ist so Geburtstagswoche und dann er benimmt sich. Also ich darf zicken, ohne dass er beleidigt ist dann. Genau. Auf die Stelle und immer in and out, in and out, in and out, in and out, in and out. Komm, komm, komm. Ich muss immer wieder husten. Ich weiß, das hört sich total krass an. Aber ich bin nicht so krank. Aber ich weiß nicht, warum diese starke husten. Und an der Seite. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Meine Beine sind total kaputt. Ich konnte kaum laufen von dem Training. Also der Klaus hat sich morgens und abends immer tot gelacht. Immer wenn ich dann losgelaufen bin. Also jetzt habe ich ein bisschen gedehnt. Jetzt fühlen sie sich etwas leichter an. Also dehnt euch. Wenn ihr Muskelkater habt, bitte dehnt euch. Genau. Genau. Also 20 Champion Checks. Ich zähle mal wieder runter. So wie gestern. Nach meiner Art. Und 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 und 10 und 9 und 8 und 7, 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. der Klaus hat den Stopper, okay? Also Mädels, seid bereit, dreimal eine Minute halten. Okay, das ist für den unteren Rücken, Bauch und Ganzkörper. Und dann sind wir schon warm. Seid ihr bereit? Seht ihr mich überhaupt? Oder muss ich hierher? Ja, ich muss ein bisschen mehr nach hinten, okay? Und Schatzi, hast du Wecker? Nee, warte. Warte, ich muss rausstrecken. Bereit? Vier, drei, zwei und go! Und halten. Eine Minute, Ladies. Solange ich rede mit euch, dass es nicht so langweilig ist. Eine Minute kann lang sein in dieser Übung, aber die Übungen sind sehr sehr effektiv. Also einfach nur halten, 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 halten. Oh, ist das schlecht. Schatzi, kannst du uns bitte sagen, wann Halbzeit ist? Ja, Halbzeit. Hast du überhaupt den Weg eingestellt? Ja, es ist Halbzeit. Oh Gott, erst? Ja. Ich muss dieses vor meinen Augen haben. Dann habe ich jetzt leichter. Vertrauen mir. Aber du musst immer wieder sagen, wenn noch 15 Sekunden sind oder so. Okay. Einfach nur halten, Ladies. Halten, halten, halten. 15 Sekunden noch. Wie viel? 15 Sekunden. Ach, nee, oder? Doch. Wer ist überhaupt dabei? Wie viel noch? Zeit. Leute, was heißt Zeit? Oh, du musst es richtig sagen. Nicht, dass sie noch mal ein bisschen zu... Guck mal bitte, wer da ist. Guck mal bitte. Perel, schreibt uns kurz rein, wer da war. Alle sind da. Alle sind da. Wer? Alle. Wer alle? Weil du sie nicht lesen kannst, dann heißt alle. Alle. Hallo, Hallo, alle. Also, los geht's. 30 Sekunden Pause und los geht's, Ladies. Zweite Runde. 4, 3, 2 und go. Und los geht's. Halten. Halten. Halten, Ladies. Halten. Halten. Was sollen wir morgen trainieren? Schreibt mir bitte. Ähm, Bauch. Oder Beine. Oh nein, Beine nicht. Ich mach keine Beine. Morgen machen wir R.H.T. Oder? Ja, klar machen wir. Das heißt, ihr könnt's machen. Hoffe ich, dass es mir besser geht mit dem Pusten. Ja, mir auch. Und dann machen wir R.H.T. Okay, morgen machen wir auch. Halten, wie lange, Schatz? Ähm, ja. Ja, nur 30 Sekunden. Immer noch? Scheiße. Nur Halbzeit war's? Nee. Doch. Ach, du verarschst mich, Schatz. Würde nie machen. Ach, nee. Ich dachte, die Geburtstagswoche ist ja so, oder? Oh Gott. Es wird immer anstrengender. Zehn Sekunden noch. Wisst ihr, wenn ich unterrichte, dann mach ich nicht so ganz. Mit. Und vier. Drei. Und. Zwei. Zehn. Was denn? Zeit. Du musst sagen, fertig. Zeit. Zehn. 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 Zehn Ja, nicht aufgeben. Po fest, bau fest. Halten. Immer noch halten. Wie viel ist das jetzt? Jetzt sind es 30 Sekunden. Ja, das halte ich nicht aus. Doch, natürlich. Halten. Ich sage immer halten. Wie lange habe ich noch? 15 Sekunden. Scheiße, ich muss runter. Ja, Schatzi, mein Gewicht. Bisschen noch? Ja. Noch? 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 Wie viel? Fertig. Aber du musst runterzählen, weil das ist für den Kopf besser. Psychologisch wertvoll, meinst du? Ja, Mädels, ihr bleibt gerade so, wir gehen alle jetzt auf den Boden, Bauchlage. Okay? Wir fangen erst mit unserem Rücken, unteren Rücken an. Also du hast jetzt Übung. Okay, passt. Ohne Beine. Schade. Hallo, hallo, ihr legt euch auf den Bauch. Die Zehen sind auf dem Boden. Zehen auf den Boden. Zehen an, auf den Boden. So, damit die Krippe warst. Ja, so. Oh. Immer wieder zurück, immer wieder zurück, 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 zurück. So, damit sie kratzen, die Zehen. Komm, ein bisschen weiter zurückschalten. Die sind gerade. So, die Arme sind lang nach vorne gestreckt. So, so. Leicht in V, musst du sagen. Leicht in V. Leicht in V. Ach egal. Leicht in V, die Arme. Jetzt drückt ihr euch weg, drückt ihr euch weg und haltet 30 Sekunden. Was drücken weg? Drückt ihr euch weg vom Boden, drückt ihr euch weg vom Boden, die Füße weg und die Arme weg und haltet den Rücken. Ja, genau. Ach so, angeben, Schatz. Oh, süß bist du. Das heißt, wegstrücken vom Boden. Drückt ihr die Hände und Füße weg vom Boden. Und los, 30 Sekunden. Einfach halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Fünf, sechs, sieben, acht, eins. Die Pobanken klemmt ihr so fest, damit ihr eine CD falsch reinspannen könnt. Du hast jetzt keine Ahnung, wie viel Zeit es ist. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und lösen. Du musst dein Handy nehmen. Ich habe jetzt ein Gefühl. Zwei Runde Sitz. Zwei Runde noch. Okay, Liris. Bereit? Komm, das schaffen wir. 30 Sekunden geht. 30 Sekunden. Bereit? Bereit machen. Also beides anheben, scheinbar in den Boden schieben. Und los geht's. Los. Halten. Nur halten. Also wenn ihr könnt ihr das Gefühl habt, jetzt sind erst zehn Sekunden vorbei. Ja. Dreh dich mit uns. Sag irgendwas. Und damals im Ferienlager. Zehn runter. Zehn, neun, acht, sieben, 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 fünf, vier, drei, zwei und fertig. Ich spuck. Ich muss kurz hochkommen. Immer dieses Mittagessen. Okay, Liris. Bereit? Ich habe heute Nudeln gegessen. Dinkelnudeln. Nur damit ihr, falls ihr Ideen braucht. Dinkelnudeln. Mit bisschen Kokosöl rein. Balsamico und bisschen Knoblauch. Und ein Ei. Das war so lecker. Genau. Also Ei, Pasamico, Kokosöl, Nudeln, Dinkeln. Vollkornnudeln. War du nicht brauchst? Nein, oder? Genau. Und fürzen. Total lecker. Ohne Soße. Ohne nichts. Bereit. Bauch einziehen. Und hochkommen. Los geht's. Halten. 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 Halten, Dinkeln. Weiter halten, weiter halten, weiter halten. Schön hochkommen. Komm. Spannung in den Bauch, in den Beinen, in den Armen, überall. So langsam. Neun. Neun. Acht. So langsam. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Weiter. Die dritte Übung. Die zweite Übung. Kurz hochkommen. Finger an den Kreislauf. Lockermachen herrscht? Lockermachen. Ja, lockermachen. Ja, lockermachen. Ja. Sind wir locker? Shake it, baby. Shake it. Genau. So. Die zweite Übung ist das Anheben am Rücken. Fünf und zwanzig wiederholen. Anheben. Drei mal fünf und zwanzig wiederholen. Drei mal fünf und zwanzig. Das kennen Sie von Pirages. Wir machen zwar dort immer weniger Zahlen, aber dafür langsamer, viel zu lang. Also viel langsamer. Aber wir machen jetzt schnellere und fünf und zwanzig. Bereit? Los geht's, Ladies. Und vier, drei, zwei, und go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Füße bleiben laut dem Boden. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und fünf, vier, drei, zwei, eins. Lösen. Warum ist es wichtig, Schatz, hier diese Rückenmuskulatur zu haben? Warum? Warum ist es wichtig? Weil die Muskulatur hier am Rücken, also man sagt ja der Bauch ist da vorne, aber der Bauch fängt ja hier an, hier. Der geht hier genetzt nach vorne, geht hier rüber und hier geht er nach vorne genetzt. Also man trainiert schon hier den Bauch hinter. Das zweite ist, das stabilisiert natürlich hier die untere Wurbelsäule, weil wir immer hier alles aus dem Rücken anheben, wo wir hier den stabilen Rücken, damit es die Wurbelsäule nicht belastet, ja. So, das nächste ist, wenn wir nur mit dem Bauch arbeiten, nach vorne, dann zieht der Bauch. Ja, wir verkürzen ja den Muskel, indem wir eigentlich so ziehen. Wenn wir den Gegenspieler nicht, dann gehen wir hin, wenn wir den hinten nicht Muskulatur gestraft haben, dann gleichen wir das aus praktisch, indem wir mit dem Oberkopf nach oben gehen, ja. Das würde uns ja nochmal vorne, als würden wir hier ziehen. Also heißt es, wir müssen unten den Rücken, unser Rückkehr hier ein bisschen Du bekommst uns weiter, wir machen weiter. Bereit, 25 noch mal. Und los geht's. Und los geht's weiter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und fünf, vier, drei, zwei, eins, und lösen. Mädels, beim Sport und beim Essen, ich sage euch jetzt eins. Es geht nicht nur um jetzt zu machen. Ich mache vier Wochen und dann habe ich das erreicht und dann kann ich mich ausruhen. Nein, es ist eine Konsequenz. Jetzt ohne Witz, ohne dass er jetzt mein Mann ist oder so. Aber der Klaus, seit wie vielen Jahren machst du Sport? Seit 20 Jahren macht er Sport. Regelmäßig. Neben seinem Unterricht geht er noch vier Mal in der Woche ins Fitnessstudio. Seit 20 Jahren. Und ganz ehrlich, er wird jetzt in zwei Jahren 50. Also, da sieht man einfach, da zahlt sich das aus, diese Konsequente, dieses Regelmäßige. Und er isst auch Sachen, was er nicht essen darf. Er ist auch mal faul. Oder versteht ihr, was ich meine? Nicht, weil er Mann ist. Wie viele Männer sind fast mit 50, die woanders sind? Ja? Also deswegen, das zahlt sich irgendwann aus, dieses Konsequente, dieses Regelmäßige. Okay? Also nicht nur einmal oder zweimal, sondern einfach immer, immer, immer machen. Das muss euer Leben gehören. Sonst sind wir immer unzufrieden. Okay? Los geht's. Und letzte Runde. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Und fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Mädels, unser Körper ist genauso wie Autos. Ganz kurz in der Pause erkläre ich euch. Mit Autos geht man, man kauft sich ein neues Auto und entweder geht man schön um, dann nach 20 Jahren sehen sie immer noch gut aus. Ich bin seit 20 Jahren alt, aber die sehen immer noch gut aus. Oder man geht nicht schön mit dem Auto um und dann nach 20 Jahren ist der am Arsch. Genauso ist es unser Körper auch. Der dankt sich irgendwann, was du ihm gibst. Das heißt nicht, dass wir nicht kaputt gehen oder dass wir nicht mal krank sind. Viele sagen, hey, du machst so viel Sport, warum hast du dann diese Schmerzen oder warum bist du dann krank? Hallo, ich bin auch nur Mensch. Dann ist man trotzdem noch anfällig an Sachen, aber nicht so sehr. Und deswegen, Sport macht vital, Sport macht glücklich und natürlich auf Dauer gesehen. Zahlt sich das sowieso aus. Nächste Übung schnell. Hopp, mach ich noch die untere Rücken. Ja, ja, schade. Das geht aber dann zu nachher. Dann gehen wir wieder, ihr seid hier. Hier, in dem Bereich. Und jetzt, von hier, hebt ihr abwechselnd die Beisen und die Tee. Abwechselnd. Ja, genau. Das ist auch in Pilates. Wie oft? Drei mal 20. Drei mal 20. Bereit? Und danach rede ich immer wieder mit euch, damit ich euch motiviere ein bisschen. Okay, dass ihr nicht... Offenfalls ist unsere vierte Woche. Und los geht's. Eins. Zwei. Schön im Wechsel. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Schön strecken. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. 20 Sekunden Pause. Und am nächsten 20. Okay, ihr Lieblings. Also das will ich euch sagen. Weil dann frustriert ihr euch. Oh, dann haben wir kein Geduld. Nein, das gehört einfach dazu. Unser Leben. Ihr macht es so. Und ihr schaut, dass ihr auf die Ernährung, wo man ersetzen kann. Den Zucker. Oder das Mehl. Mit anderen Mehlarten. Mit anderen Ölen. Mit anderen Sinnen. Dann gleicht sich das schon aus. Ja? Und man muss nicht jetzt nur gesunde Sachen essen. Wir haben gestern auch Burger gemacht. Zuhause mit den Kindern. Ich habe ohne Brot gegessen. Aber mit Soße. Also die Soße ist lecker. Das lassen wir nicht nehmen. Okay? Deswegen schaut, was ihr weglassen könnt. Ich habe in Salat gemacht und es war total lecker. Diese Brots an mir. Und ich habe statt Pommes. Die Kinder haben Pommes bekommen. Und wir haben Süßkartoffeln bekommen. Weil die Kinder sind noch nicht so weit, dass sie die Süßkartoffeln so toll finden. Los geht's. Und vier, drei, zwei und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich habe es schon so gemacht. Entschuldigung. Sieben. Mach mit doch. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und vier, drei, zwei, eins. So. War das okay? Also auf den letzten Wechsel jetzt gerade eine Weißelkette. Eins. Ach so. Die ist aber zu lang, Schatz. Wir haben uns zu viel Zeit. Wir müssen noch Bauch trainieren. Okay? Letzte Runde, Ladies. Dann haben wir fertig mit dem unteren Rücken. Dann gehen wir ins Bauch. Okay? Und los geht's. Vier, drei, zwei und los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und eins und vier, drei, zwei und eins. Und jetzt zitere ich schon. Ich hoffe ihr auch. Macht bitte, egal, dass ihr alleine seid. Macht bitte trotzdem. Wenn ihr euch schon die Zeit nehmt, das zu machen, dann macht's. Okay? Schatzi? Eine Übung mache ich, dann hast du so lange Zeit zum Überlegen. Was? Was für noch? Die Rücken ist durch. Ja, ja. Aber jetzt Bauch. Okay? Und zwar, ihr streckt euren Arme nach oben raus. Beine einfach aufgestellt haben. Und jetzt zeige ich euch einmal langsam. Eins, streckt die Arme nach vorne und ihr holt die Knie zu euch. Und wieder öffnen. Akte bitte darauf, dass die untere Rücken immer an den Boden geklebt bleibt. Auch wenn ihr das öffnet. Okay? Und dreimal 20. Und los geht's. Eins, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sieben. Spannung halten. Acht, neun, zehn. Und eins, zwei, drei. Schön hochkommen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwanzig. Ich komme immer ein bisschen hoch. Mir tut das gut. Ihr schaut einfach, ob ihr dann unten bleibt und kurz lockert alles. Oder eben hoch kommt. Aber mir, ich brauche das immer hoch zu kommen. Nächste 20. Dann haben wir die Hälfte durch. Los geht's. Vier, drei, zwei. Spannung den Bauch. Drück deinen Bauch rein. Drück deinen Rücken in den Boden. Und los geht's. Eins, zwei. Streck deine Arme. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hochkommen. Und ich glaube, ihr merkt es dann schon jetzt. Also mein Bauch hält ein bisschen mehr aus wie sonst. Wie die Beine oder so. Aber jetzt merke ich trotzdem, dass es hier auch den unteren und das oberen, weil wir immer so schließen und auch die Beine und auch das Oberkörper bewegt sich gleichzeitig. Letzte Runde. 20. Und dann nur noch eine Übung Katerklaus für euch. Und dann sind wir fertig. Okay? Drei. Ja, du musst dir jetzt eins überlegen. Habe ich doch gedacht. Achso. Ja, so meine ich. Genau. Vier. Der hat immer Angst, was er machen muss. Habe ich so das Gefühl. Vier. Drei. Zwei. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Und zehn. Und komm. Zehn. Und neun. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Und vielleicht merkt ihr auch die Arme ein bisschen arbeiten auch noch mit. Also es ist immer so eine Nebenmuskel auch noch, die man mitarbeitet. Schatzi, jetzt bist du dran. Oh. Ja. Schnell. Ja. Weil jetzt dein Bauch ja schon. Schon dementsprechend. Fünf Minuten. Ja. Gehen wir runter. Wir machen eine Kombination von Übungen. Schatzi. Gehen wir runter, Schatz. Ja. Wie? Runter? Und doch. Wo? Ach so. Ja. Ich dachte runter, hier legen. Nein, wir kombinieren. Dann komme ich zu meinen Mädels. Gucke ich mal. Wir kombinieren. Tadea. Genau. So. Hintern hin. Wir machen. Oh, ohne Beine, Schatz, Baby. Das schaffe ich nicht. Drei. Drei. Das schaffe ich nicht, mein Herr. Weil die Beine sind so am Arsch. Ich habe dich gebeten ohne Beine. Ja. Aber du musst eine Kombination machen. Nein. Nein. Das geht nicht. Mit den Beinen geht es wirklich nicht, Schatz. Ich habe dich wirklich gebeten. Jetzt habe ich geahmert wie die Wendler. So. Schau dir. Wie die Wendler. Schau dir. Drei Mal nach nach oben. Eins. Zwei. Drei Mal nach nach oben. Drei Mal nach. Drei Mal nach. Drei Mal nach. Halten. Bein anstellen. Anwinkeln. Drei Mal nach nach oben. Wechseln. Drei Mal nach nach oben. Und das Ganze zweimal, oder? Das Ganze dreimal. Das ist zu lang dann. Das Ganze dreimal. Ich zähle. Das wird nicht zu lang. Okay. Los geht's Mädels. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Bereit. Und. Vier. Drei. Beine ganz lang machen. Ganz lang machen. Jetzt aufstellen. Damit die Rücken auf dem Boden ist. Rücken auf dem Boden kleben. Bauch fest. Schulterblatt vom Boden lösen. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleibt in der Spannung. Beine anziehen. Jetzt schrägstelle. Und nach oben wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir wechseln. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oh Gott. Zwei. 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 Acht. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Und. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Eins. Zwei. 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 Wir schaffen das. Okay? Nicht aufhören! Angela! Angela! Wir schaffen das! Angela Merkel? Bereit? Zusammen! Oder wie sagt sie? Wir schaffen das zusammen! Bereit? 3, 2, und los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wir wechseln, 4, 3, 2, und los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wir wechseln, 4, 3, 2, und los! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wir lösen, 4, 3, 2, und... Lösen, Ladies! Fertig! Wir strecken uns raus! Auf dem Boden macht euch ganz lang, streckt eure Beine raus, eure Arme! zieht euren Bauch ein, vorsichtig, nicht dass ihr Krämpfe bekommt, ich bekomme ein paar Krämpfe hier irgendwo, weiß ich auch nicht warum, streckt euch, macht euch lang, schön im Wechsel, die Füße lang machen, sehr gut! Von hier aus nehmt ihr ein Knie zu euch, dreht ihr euch auf die Seite, und andere Arme auf den Boden legen, gut atmen, wir haben es geschaffen Mädels, wir haben hinter der Woche, Mittwoch, also, wir trainieren noch mit euch, und bis Samstag, also Samstag auch noch, Den Kaffee-Tag machen wir nix! Kaffee-Tag ist Freietag! Ah ja genau, Kaffee-Tag machen wir nix! Das heißt, dann machen wir Samstag mit euch, ich glaube am Samstag mache ich mit euch meinen Geburtstags-Zumba, okay? Dann ziehe ich mit euch eine Runde, dann lasse ich meine Best-of laufen lassen, oder so. Andere Seite bitte, Fuß wechseln, und natürlich am Osten, Sonntag und Montag machen wir auch Pause. Also, das heißt für euch, morgen R-H-T, und noch vielleicht Innenschenkel, okay? Je nachdem, wir gucken jetzt mal... Nach R-H-T nix mehr machen. Nach R-H-T nix mehr machen? Okay, ich hab immer zu Angst, dass es zu wenig ist. Und wieder zurück. Von hier aus macht ihr kurz rum, nehmt euch eure Knie zu euch und schaukelt euch von einer Seite auf das andere. Massiert eure Nieren hier, oder auch den unteren Rücken, und von hier aus, Kopf nach oben und langsam nach oben, rollen, strecken und wieder rollen, und wieder strecken und wieder rollen und wieder strecken und rollen. Versucht die Füße weg von dem Boden zu halten und nochmal hochkommen. Sehr schön. Von hier aus geht ihr einmal bitte auf eure Knie, Knie öffnen und macht euch mal kurz lang ganz einmal hin. Kopf auf den Boden legen. Das kennst du euch ja noch, oder? Pass auf die Knie. Kiano ist immer dabei. Genau. Von hier aus nehmt ihr die Hände, legt ihr die Knie zusammen und jetzt geht ihr bitte in den Herabschauenden Hund. Fährst du Richtung Boden versuchen zu drücken, langsam im Wechsel, schön langsam, und langsam ist es kaputt gegangen. Was hat der kaputt gemacht? Und von hier aus, krabbelt ihr bitte mit den Füßen zu euren Händen, bleibt da und jetzt kommt ihr mit den Fingerspitzen zu den Zehen. Kopf rein, Kopf rein. Geht's gerne. Sehr schön. Und langsam nach oben rollen. Genau. Von hier aus nehmt ihr nur noch einmal die Arme nach oben und geht auf die Seite. Und ein bisschen mehr zum Intensivieren, nehmt ihr den Fuß, legt ihr auf die nach hinten. Kopf rein. Ja. Andere Seite. wieder Beine öffnen, strecken. Ja. Andere Beine. Wow, meine Beine tun wahnsinnig weh. Meiner auch. Meiner auch. Meiner auch. Wir sind immer alle am jammern hier zu Hause. Einer ist verletzt, der andere ist mit Muskelkarte und lösen. Sehr schön Mädels. Danke, Chantille. Danke. Jetzt geht's zu Papa ganz kurz. Mama muss reden. Okay. Schaut her. Mädels, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und zwar nicht, dass ihr schon aufgegeben habt. Schaut her, Mädels. Also, nochmal. Alles braucht Zeit. Das heißt, findet euch damit ab. Entweder beschäftigt ihr euch mit eurer Ernährung und mit eurem Sport. Dann schaut. Haha. Angie ist kaputt. Genau. Dann schaut ihr auch dementsprechend aus. Dann sieht man das auch einem an, finde ich. Wenn man sich damit beschäftigt. Oder man lässt es einfach nur so gehen. Man kann natürlich das für sich entscheiden. Aber dann bitte nicht jammern. Okay. Ich lese gerade ein Buch und da stand es einfach drin. Wenn es so einfach wäre, das Gewicht zu halten und schlank zu sein. Dann würden doch alle sein, oder? Dann würde es nie dicke Menschen geben. Oder übergewichtige Menschen. Dann könnte man alles essen und alles machen. Und wir würden alle so aussehen gleich. Also, es ist nicht einfach. Es ist harte Arbeit. Aber für mich, ich habe mich für mich entschieden. Aber ich war schon immer so, ich entscheide mich für das. Ich arbeite lieber an mir hart. Dann geht es mir auch besser. Aber dann kann ich mich jeden Tag irgendwie doch zufriedener im Spiegel anschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mädels. Genießt die schöne Zeit. Das schöne Wetter. Also, mein Sohn immer mit seinen Haaren. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, Mädels. Tschüss. 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 Tschüss.